Noch klingen VR-Brillen nach einer weit entfernten Zukunftsvision. Doch diese moderne Technik kommt bereits heute immer häufiger in unseren Kliniken zum Einsatz. Sie unterstützt unser Klinikpersonal bei wichtigen Operationen. Mithilfe der HoloLens sehen wir genau, wo welche Nervenbahnen und Strukturen verlaufen und können extrem präzise operieren. Dadurch werden Risiken minimiert und die Qualität unserer medizinischen Versorgung noch weiter erhöht. Doch mit der OP sind längst nicht alle Möglichkeiten erschöpft, die die revolutionäre HoloMedizin bietet. Auch in der Patientenaufklärung lässt sie sich einsetzen, um Eingriffe bereits vor einer OP sehr plastisch zu erklären. Die HoloLens-Brille ermöglicht es unseren Patientinnen und Patienten, einen bevorstehenden medizinischen Eingriff detailgetreu und direkt am Objekt vorab genau zu sehen. Damit trägt die HoloMedizin nicht nur zu höherer medizinischer Qualität, sondern auch zu einer gesteigerten Patientenzufriedenheit bei.